Jetzt zeige ich nochmal ganz deutlich die Farbe, die rauskommen sollte, wenn man bei einem Hund wie Hans in die Zähne geht, die einfach ohne Funktion sind und immer Belag haben. Das ist die Farbe, die rauskommen sollte. Es passiert mir manchmal, dass das Licht nicht auf grün geht, weil ich gedacht habe, ich habe gedrückt, aber ich habe nicht gedrückt. Ich zeige euch gleich mal, was dann passiert, welche Farbe dann rauskommt. Also wenn ihr jetzt mit der sauberen Zahncreme reingeht und der sauberen Zahnbürste und das Ding nicht anschaltet, sprich es hat keine Funktion. Gucken wir mal, was das so mitmacht. Also das ist jetzt auf seinen gammeligen Eckzähnen, die einfach nicht sauber werden können, weil der Kollege eben einen kaputten Kiefer hat und deswegen nicht richtig kauen kann. Das ist keine Abschälferung. Wenn ich das jetzt rausnehme, ihr seht, es ist sauber. Aber wenn ihr in der zweiten Runde rüber geht, was man machen soll, nach dem 10 Sekunden halten und dann nochmal außenrum und dann nochmal über die Stellen rüber, um das Angelöste abzumachen, dann kommt es natürlich nicht mehr so braun raus wie in der ersten Runde. Logisch, weil der akut zu lösende Belag ist ab. Deswegen gibt es bei mir dann nach der Emi-Pet immer noch eine mechanische Runde, sprich seine Zahnbürste und darauf bekommt er das Orozym-Gel, weil das auch noch nachwirkt. Und ich mache das zusätzlich mit einer Schilferpaste. Da sind so Rubbelperlen drin. Auch das wirkt nach. Und ganz zum Schluss bekommt er von mir noch das Platinum-Gel. Das wirkt dann auch nochmal nach. Das bekommt er bei mir wirklich jeden Tag, auch morgens. Also es ist ein bisschen aufwendiger, als nur die Emi-Pet mal eben draufhalten und in der Woche fertig sein. Das ist ein bisschen aufwendiger, als nur die Emi-Pet mal.